Wer ist eigentlich im AMC? Okay, ich heiße Andreas, bin schon seit 36 Jahren hier am AMC, mit etwas Pause zum Teil. Ich fahre Gas-Gas, weil meine Frau und meine Kinder gesagt haben, jetzt müssen wir was anderes fahren, wie immer nur Beta. War eine gute Entscheidung, bin zufrieden. Und das Motto ist bei mir, gib Gas, gib Gas, gib Vollgas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017